Wie sieht das Enden aus? Ja gut, wir haben leicht Zeit. Ganz leicht haben wir Zeit. Alles nicht so tragisch, wie es sich anfühlt. Ja, kurz hoch, 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 hoch. Was? Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt? Nein, 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 nein. Toll. Okay, man kann sich da auch nicht retten. Der Fisch, der verfolgt einen einfach für immer. Okay. Auch gut. Uns fehlt immer noch ein Bonuslevel und die Dieke-Münze. Toll, eigentlich wollte ich ja schon das Unbesiegbarkeitsfass holen, aber jetzt bin ich sogar für das schon zu schlecht. So, sechs Leben haben wir noch, aber ich glaube, wir machen da jetzt dieses lustige Klungo-Spiel. Genau, das bitte schon mitnehmen. So. Zack. Und da nach oben? Okay, da gibt es echt nichts. Kurz umschalten. So, Bienen. Toll. Ich nehme das N mit, ja, auch wenn ich es nicht brauche für 100%, wollte ich euch sagen. Ich weiß ja nicht, ob ich da rüberfliegen soll, aber es wäre wahrscheinlich geschickt, darüber zu fliegen. Oder auch nicht, man weiß es nicht so genau, ja. So, immer schnell von... Warum sind wir jetzt da rübergelaufen, weiß man nicht so genau. Nein. Hopp, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht und du überhaupt. So, ich muss mal ganz schnell... Ah ja, okay. Bilde mir ein, dass ich das letztens vergeigt habe, oder? Oder habe ich das vergeigt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, schauen wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Level-4-Bonus-Geschichten gibt. So. Aber das haben wir... Das haben wir aber, glaube ich, erledigt, oder? Nee, das haben wir nicht. So. Ah ja, sehr schön. Okay, passt. Wunderbar. Ah ja, Moment. Unbesiegbar. Yay. Oh, ach so. Nein, nein, verdammt. Ich wollte da nicht raufspringen. Da unten war die Donkey-Münze. Verdammt. Ah, scheiße. Ja, sorry, das wollte ich nicht sagen. Aber hey, gut. Müssen wir das Level leider nochmal durch, durch kurz. Wir müssen also gucken, dass wir bis zum Schluss auf jeden Fall hier beide Kongs haben, damit wir die, ähm, Dingens dann bekommen. Die, das Unbesiegbarkeitsfass. Ja, komm. Tu nicht so, als wäre das jetzt so schlimm. Das fängt ja schon gut an. Toll, warum, warum bin ich da jetzt reingelaufen? Ich wollte eigentlich, wollte ich ja, ähm, ja, das Donkey-Fass holen. Egal, komm, wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal. Irgendwann werden wir es ja auch hoffentlich zusammenbringen. So, da wäre eine Bananemünze. Die brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht, weil da haben wir nur dann Mangel, wenn wir neu laden. So, kurz nach oben, 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 oben. Und das, was nehmen wir mit? Genauso wie wir da rüber. Und dann machen wir den mitten fast tot. Ja, sehr schön. So, hoch da. Und da hoch und da rüber. Der ist egal. Der ist nicht egal. Da müssen wir leider warten. So, einmal den kaputt hauen. Und den kaputt hauen. Und den mitnehmen. So. Der ist mir egal. Nein, nein. Aufpassen. Ich hasse die Viecher. Nein, 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 nein. Oh, oh. Alter. Meine Nerven. Was war da oben? Ach, da ist auch schon fast. Moment, da. Da muss ich mal ganz kurz was erledigen. Ja. So, es geht ein bisschen sicherer so. Und schon sind wir wieder beim Mittelpunkt. Übrigens, das geht auch sicherer so. Da nehme ich gern die Unbesiegbarkeit mit. Aber es ist einfach sicherer. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir auf jeden Fall die beiden Affen bis zum Schluss behalten. Ja, ihr wisst warum. Und wir könnten natürlich... Nein, ja, genau. So war das jetzt nicht geplant. Naja, egal. Ich glaube, es ist irgendwo müsste noch ein Donkey-Fass sein. So theoretisch. Das wäre sonst ein bisschen... Oh. Das wäre sonst ein bisschen ganz fies, wenn da kein Donkey-Fass mehr wäre. Das ist unfassbar. Das ist mir egal. Aber ein Donkey-Fass müsste irgendwo sein. Ja, nee. Ah, in einem Bonus-Level war ein Donkey-Fass. Gut, dann müssen wir doch noch mal in das Bonus-Level gehen. Aber einfach nur, um das Bonus-Level zu haben. Ja. So, wir müssen jetzt nicht alle Gegner töten, sondern wir holen uns nur hier das Donkey-Fass. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich habe den Bonus versaut. Und... So. Unbesiegbar! So, und jetzt machen wir den da und schwimmen da durch und gucken mal, die Donkey-Münze. Yay! Sehr schön. Wow, wir haben schon 20 Donkey-Münzen. Sehr brav. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Gut, Kletterschleim. Dann haben wir hier noch Affen-Action. Aber ich möchte auch Swankys Goldgrube noch mal kurz durchgehen. Was macht ihr Typen beruflich? Videospielhelden? Wow, das ist ja echt flippig. Dann lass mal... Lass uns mal beginnen. So. Swampy spielt zwei Münzen. Mit wie viel Leben beginnt ihr das Spiel? Äh... Fünf. Gute Antwort. Weiter geht's. Welchen Knopf drückt ihr, um euer Freund auf eure Schultern zu heben? Ähm, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht, weil ich habe hier... Äh, X. Oh nein! Und ich dachte, ihr wüsstet die Antwort. Machen wir nochmal, komm. So, fünf. Und wir drücken dann den B-Knopf. Nein, okay. Ach komm, weiß was. Lass mal. Ja, das Problem mit den Knöpfen ist, dass ich hier am Gamepad natürlich... Ich habe kein Super Nintendo Gamepad, klarerweise. So. Komm, dann Affen-Action noch. Ja, da haben wir natürlich auch irgendwie gar nichts. Und ich weiß warum. Okay. Ich weiß warum. Moment, ich müsste ehrlich gesagt... Gut, ich komme jetzt sicher nicht mehr raus, oder? Nee, natürlich nicht. Aber rein wegen der Musik, ja, muss man das Level schon genießen. Da, da, da. Ach, das ist so eine traumhafte Musik. Toll, warum schießt das nicht... Natürlich, ist egal. So. Nicht, ne... Nicht ärgern. Du, 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 du... Diddldi, diddldi, diddldidi. Oh, achso, das war schon der... Da, wo wir hin müssen, oder wie? Ja, offensichtlich, ne? Hey, hey! Ich schieße mich hier jetzt einfach ran, da alle! Ran, da alle! Das ist das Gute, dass man... Egal, wo man sich da hinschießt, ja? Man kommt immer... Immer irgendwo an. Bis auf die, die sind ein bisschen brutaler, die Fässer. Ja, die freidrehenden Fässer, die sind echt schlimm. Ja, genau so wollte ich das immer. Einfach lustig hin und her schießen. Ah, toll. Ich frage mich, wie ich hier irgendwas finden soll. So. Gut. Okay. Achso. So, hoch da. Gehen wir mal da hoch. Ei, ei, ei. Nein, nicht da hoch. Das wollte ich doch gar nicht. So. Nein. Nein! Boah, das ist so dumm, wenn man nicht weiß, in welche Richtung sie... Habe ich schon mal erwähnt, dass das dumm ist? Äh, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. So. Gehen wir mal da runter. Oh, Bonus. Gut, das Bonuslevel habe ich sicher schon gemacht. Bin ich mir fast sicher. Ähm. So. Und der da. Oder habe ich das Bonuslevel schon gemacht? Das habe ich doch sicher schon gemacht. Ja, toll. Nein. So. Ach, komm. Ich glaube, das wird so nichts. Kann das sein? Ja, das wird so nichts. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich das Bonuslevel schon gemacht habe. Weil ich einfach zu doof bin, hier die Fässer richtig zu bedienen. Ja, offensichtlich. Wobei, ich habe echt keine Ahnung, wie ich da vorangehen soll. Ach, vorangehen. Vorangehen soll. Ja, machen wir es eben nochmal. Komm, go. Darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe doch wohl so ein blödes Bonuslevel. Aber das habe ich sicher schon. Gut, das geht nur so. Dann würde ich sagen, da nach oben. Gut, das geht auch nur so. Dann können wir da nach unten. Da nach unten. Damit wir da ein bisschen weiter kommen. Okay, dann müssen wir eh nach unten. So. Da. Ich check's nicht. Ah, da geht's weiter nach oben. Okay. Ich will mal ins Eck. Ich will in das Eck, oder? Ah, ich glaube, ich muss da runter. Ja, wusste ich schon. Wusste ich, dass wir das schon hatten. Okay. Gut. Ist mir auch recht. So. Ah, wenigstens kein Zeitstress mehr. Wie schön. So, dafür haben wir jetzt wieder... Oh je. Freidrehende Fässer. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, warum das mich das nicht verletzt. Aber... Es war okay für mich. So, ich schieße mich da zurück. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Warum mache ich das? Okay. Hey. Oh. Moment. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich wollte abkürzen über die Biene. Das wäre gegangen. Aber ich habe es natürlich vergeigt. Ja. Ich wollte den Ballon. Ja, es ist halt doof, weil zwischendrin einfach auf einmal wieder ein freidrehen, das fast kommt. Wie viel Leben habe ich jetzt eigentlich noch? Sechs. Okay, das reicht. So. Und ich mache wieder denselben Fehler. Ja gut, wie gesagt, das einmal auf einmal... Was? Das auf einmal zwischendrin freidrehen, das fast kommt, ist halt unüblich, ne? Gegen die Spiellogik in Wirklichkeit. Scheißspiel. Äh, was? Ja, das wird ein lustiges Level. Hier die ganzen Geheimnisse zu finden. Jo, O und N. Wow. Brauche ich ja überhaupt nicht, weil ich, wie man sieht, ja, das O vergessen habe. Ist das auch schon freidrehen, das? Nee. So, immer schnell. Einfach immer den ersten Takt machen, dann geht's, glaube ich. Hi. Nö. Ähm, ich möchte... Wow. Ich wollte da eigentlich da kurz reingucken. Ich habe keine Ahnung. Ich... Ach so, okay. Ich verstehe schon. Ich mache das aber anders. Weil ich dachte, da unten wäre vielleicht was. Ja, ihr wisst, so belohnungsmäßig, weil man gut ist und so. Wie viele Bananenmünzen habe ich eigentlich? Kann ich nachher speichern? Ach ja, ich komme ja da... Stimmt, ich komme ja relativ spät wieder raus. Ja, das muss ich mir vielleicht ein bisschen merken, dass in dem Level Try and Error halt ein bisschen länger dauert. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Das ist ja schön. Das ist dafür jetzt nicht schön gewesen. So, den da. Und da hoch. Dann einmal den da. So, weißt du was? Wir kürzen hier kurz ab. Was macht... Was kann ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe... Ich habe nur vier Leben. Das ist schön. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Ja. Toll. Spaß, Freude und überhaupt. So. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Und hoch da. Ähm, genau so. Ja. Ja, klar. Wir gehen wieder den Weg zurück. Ja. Weil das Leben ist nicht so wichtig, dass wir hier bekämen. So. Letztendlich, das kann ich schon. Und rein da. Toll. So. Ähm, da runter. Da runter. Ich will da nach unten gucken. Find ich nichts. Okay. So. Immer gegen den Strom, hätte ich gesagt, ja. Niemals für die Bananen. Immer gegen die Bananen. Hey. 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 Vielleicht, wenn man sich zehnmal hin und her schießt, bekommt man dann vielleicht irgendwie Bonus oder so. Ähm. Da hoch? Ah, da hoch müssen wir... Die Donkey-Münze. Das ist interessant. So. Ah ja. Bin ich gefangen. Didi-di-di-di-di. So. Runde da und runter da. Und hey. Na toll. Und freidrehen der Fast-Spaß. Für Jung und Alt. Nicht ganz freidrehen, aber so halb freidrehen. Das war jetzt doof. Yay. Da unten hätte ich reingemusst. Moment. Ne, ne, ne. So einfach lasse ich das jetzt nicht auf mich sitzen. Wie komme ich da... Hä? Wie soll denn das bitte gehen? Alter. Das ist... Puh. Ähm. Ja. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Da bin ich jetzt natürlich etwas überfragt, aber das ist ja nicht schlimm. Toll. Das sah mal gut hin. Aber zumindest... Was? Zumindest darf ich das Leben bekommen. Ja. Ist ja auch schon viel wert. So. Einmal, zweimal, dreimal. Dü-dü-dü-dü-dü. So. Zumindest hier die Abkürzung haut schon mal gut hin. Wow. Wow. Was war das jetzt bitte? Ja, diese Käfer, die sind... Die sind wirklich... Also die sind echt... Die sind teuflisch, sind diese Käfer. So. Wow. Ja, weil der halt auch irgendwie voll das lange Delay hat. Also das eine fast... Das ist irgendwie, bis sie sich dreht. Das braucht voll lange, ja. Und deshalb... Das ist wahrscheinlich Absicht, damit man das Leben nicht immer bekommt. Also nur jedes zweite oder dritte Mal. Ah, boah, ich hasse diese scheiß Käfer. Juhu. Okay. Ach, ich muss hier sowieso quasi so nach oben. Okay, na gut. Bin ich ja vorher gar nicht mal einen speziellen Weg gegangen. Ja. Nein. Ah, warum muss ich das immer drehen? So. Da runter, da runter. Ich möchte eigentlich, wenn ich da reinfliege, möchte ich das gleich so in dem... In die Richtung ist, wie es aussieht, wenn ich reinfliege. Gibt das gerade Sinn, was ich sage? Wahrscheinlich ja nicht. Juhu, freitretende Fässer. Was für eine Freude. So. Ich möchte da runter, ja. Aber offensichtlich geht das nicht, weil da brauche ich Dixi. So, ich muss aufpassen, ich habe noch drei Leben. Aber schön langsam kann ich das Level ganz gut, glaube ich. Oh, wir haben das Leben... Ja. Erhalten, ich wollte gerade sagen. Toll. Na, super. Ne, wenn das... Also, wenn da das Timing schlecht ist, dann vergiss es. Dann wird das nichts mehr. Dann wird das einfach nichts mehr. So. Auf ein neues. Wir haben immer noch drei Leben. Ja, weil ich ein Extraleben bekommen habe, weil ich gut bin manchmal. Ja, hey, selbstlob. Okay. Das ist die, ich muss. Genau. so... Untertitelung des ZDF, 2020